Ahoi ihr Lieben, heute geht es mal wieder um ein Dauerbrenner-Thema und zwar um das Thema Getränkepakete bei AIDA. Was ist inklusive und lohnt es sich am Ende und wo kann ich diese Pakete einsetzen, das besprechen wir alles. Schon mal die gute Nachricht vorweg, selbst wer viel Durst hat, der braucht tatsächlich auf einer AIDA nicht zwingend über dieses Thema Getränkepakete überhaupt nachdenken. Denn es ist ja so, dass, und das ist im internationalen Vergleich, wenn ich damit Redereien vergleiche, relativ viel, es sind viele Getränke schon im Reisepreis enthalten. Und zwar in den großen Restaurants an Bord, in den Buffet-Restaurants, da sind Softgetränke zum Mittagessen und Abendessen enthalten, Wasser ist enthalten, Bier ist enthalten, Wein ist enthalten. Relativ einfache Qualität der Wein, das ist nochmal ein anderes Thema. Aber, ja, damit kommt man eigentlich schon ganz gut über den Tag. Wenn ich jetzt eine Kabine im Premium-Tarif gebucht habe, habe ich auch noch zwei Flaschen Wasser auf der Kabine. Ich kann übrigens auch Leitungswasser trinken tatsächlich. Das ist zwar geklort, aber das bedeutet nicht, dass man es nicht trinken kann. Also, das schon mal so vorweg. Auch vorweg schon mal die Tatsache, dass ich, wenn ich an Bord bin, eigentlich nie ein Getränkepaket buche, weil da muss ich mich gar nicht damit auseinandersetzen, was ist inklusive, was ist nicht inklusive. Sondern ich bestelle am Ende einfach, worauf ich Lust habe und das ist nicht so schrecklich viel dann meistens, dass ich damit irgendwie günstiger fahren, äh, schlechter fahren würde als mit einem Paket. Ja. Wie sieht es aus, wann bestelle ich diese Pakete? Ich kann sie entweder vorher bestellen. Hat so ein bisschen den Nachteil, dass ich sie dann auch vorher bezahlen muss. Wenn ich erst an Bord die Pakete bestelle und dann bezahle, kann ich auch eventuelles Bordguthaben nutzen, was ich vielleicht bekommen habe. Weil ich zum Beispiel Aktionär bin von Karneval, dann gibt es ja ein Bordguthaben oder weil ich noch von irgendeiner alten Reise da ein Bordguthaben habe oder wie auch immer. Ja, dann kann ich dann das einsetzen, dann würde ich es eben erst an Bord bestellen. Und es ist dann so, ja, diese Pakete kann ich immer nur für die ganze Reise bestellen. Nicht für einzelne Tage oder so, wo ich sage, naja, am Seetag habe ich mehr Durst oder so, als ich dann im Landtag, dann buche ich es nur für den Seetag. Das geht nicht. Es ist im Moment so, dass ich alkoholfreie Pakete bei allen Reisen buchen kann und Pakete mit Alkohol kann ich buchen ab allen Reisen, die mindestens fünf Tage lang sind. Da will man so ein bisschen vermeiden, dass so, ja, so die Kegel Club reisen, so vielleicht drei, vier Nächte, drei Nächte. Weil fünf Tage sind ja eigentlich schon vier Nächte. Also da will man eigentlich vermeiden, ja, dass dann so die Leute dann zu viel trinken und irgendwie rechnet es sich dann auch nicht für AIDA, weil die haben ja schon das Interesse, dass ihr auch irgendwelche Tage dabei habt im Laufe der Reise, wo ihr vielleicht mal an Land seid und gar nicht so viel trinken könnt. Also so, das schon mal am Rande, das schon mal vorweg geschickt. Ja, und klar, das ist schon mal ein wichtiger Punkt, immer dran denken. Man trinkt natürlich nur, wenn man an Bord ist, wenn man an Land ist, dann hat man von dem Paket nichts. So, wir wollen mal auf eine geheime Webseite gehen und zwar die AIDA Webseite. Da sind diese ganzen Pakete nämlich zu sehen und wir starten mal mit dem umfangreichsten Paket und zwar AIDA Comfort Deluxe. Das ist, ja, eine Art All-Inclusive, komme ich gleich darauf zu sprechen, was es nämlich von einem echten, ja, von einem umfangreicheren All-Inclusive unterscheidet. Also wir haben erstmal mit drin alkoholische und alkoholfreie Cocktails und Mixgetränke, also so Longdrinks zum Beispiel oder Cocktails. Dann ist Wein und Sekt im Glas enthalten. Dann Biere vom Fass und ausgewählte Flaschenbiere. Also gerade so alkoholfreie Biere, die habe ich ja in der Regel nicht vom Fass. Die sind dann in der Flasche, die sind dann auch enthalten, aber keine Craft- oder Brauhausbiere. Also im Brauhaus kann ich dann schon Bier bestellen, im Getränkepaket enthalten, aber keins von denen, die da gebraut wurden, sondern das ist dann das ganz Normale. Ich habe gerade vergessen, welche Marke die haben. So, Spritzgetränke, das hätte ich jetzt oder Cocktails mit aufgefasst, das ist enthalten, aber extrem populär. Dann Heißgetränke, Kaffee, Tee, Spezialitäten, Schokolade mit oder ohne Alkohol, Milchshakes und Froosies, Fruchtsäfte und Nektare. Und jetzt kommt noch ein wichtiger Punkt, Softgetränke aus der Zapfanlage. Ja, also Mineralwasser zum Beispiel gibt es nicht aus der Zapfanlage. Das ist dann hingegen ein ganz normales Wasser, was man entweder dann still trinkt oder mit Kohlensäure. Das sollte man dann bestellen, aber wenn man Mineralwasser bestellt, dann müsste man es extra bezahlen. Ja, dann Cola, Sprite, Fanta, sowas ist dann damit drin aus der Zapfanlage. Und mittlerweile, das ist so, meine ich, neu, dass Sie das so dezidiert sagen, in der einen oder anderen Location an Bord gibt es nämlich, ja, dann so Cola oder so, gar nicht im offenen Ausschank, sondern nur in kleinen Flaschen oder Dosen. Und da haben Sie es jetzt offenbar so gemacht, dass man tatsächlich diese kleinen Flaschen dann dort auch bekommt. Ja, genauso wie Thomas Henry, Tonic Water zum Beispiel, solche Dinge. Und sogar Red Bull ist mit drin. Ja, das ist schon, ja, relativ bemerkenswert, weil Red Bull ist ja selten irgendwo mal mit inklusive oder so. Original, ähm, original Red Bull. Was ist nicht inklusive? Alles, was da steht, aber im Wesentlichen, was da nicht steht, ist nicht inklusive. Aber im Wesentlichen bedeutet, dass zum Beispiel Spirituosen aller Art, also reine Schotts, Liköre, so ein Baileys oder so, wenn man gerne mal ein Baileys nach dem Essen trinkt, ist nicht drin, müsste ich dann extra bezahlen. Also das ist alles nicht drin. Das ist auch ein wesentlicher Unterschied sicherlich zu meinem Schiff, wo ich eben auch Spirituosen mit drin habe. Dafür gelten diese Pakete komplett auch in den Aufpreisrestaurants an Bord, in den Spezialitätenrestaurants und in den à la carte Restaurants. Da kann ich dann auch Getränke bestellen, die im Paket enthalten sind. Ganz wichtiger Punkt. Komme ich am Ende nochmal zu. Was kostet das Ganze? 34,90 beziehungsweise 39,90 pro Tag. Und so hängt so ein bisschen von der Länge der Reise ab. Aber das bedeutet natürlich auch, bei sieben Tagen bin ich dann pro Person mal eben bei Schlappen knapp 280 Euro. Also ist schon ein bisschen was. So, wir kommen zum nächsten Paket. Und zwar muss ich da einmal nach oben scrollen. AIDA Comfort. So, das kommt uns im Grunde bekannt vor. Da gilt im Grunde all das, was ich gerade gesagt habe, außer Cocktails und Longdrinks. Die sind hier nicht enthalten. Auch kein Apo und Spritz oder sowas. Ne, fällt ja auch in der Cocktails. Aber ansonsten gilt das Gleiche. Dafür ist das Ganze dann günstiger. Das sind dann 24,90 beziehungsweise 26,90 pro Person und Tag. Das Ganze logischerweise erst ab 18 buchbar, wegen des Alkohols. Kommen wir zum AIDA Light Paket. Das ist für alle, die sagen, Alkohol muss ich entweder gar nicht trinken oder kann ich ja gegen Aufpreis nehmen. Ich will aber halt so ein gewisses Getränkegrundrauschen im Laufe des Tages haben sozusagen. Da sind dann alkoholfreie Cocktails und Mixgetränke enthalten. Dann nicht-alkoholische Heißgetränke, also Kaffee- und Teespezialitäten, Schokolade, Milchshakes und Fruzies, Frucht, Säfte und Nektare, Softgetränke aus der Zapfanlage, gilt wieder das Gleiche, was ich gesagt habe, und ausgewählte Softgetränke aus der Flasche. Da steht aber jetzt nur was von Coca-Cola, Spreit und Fanta immer, also so Bionade oder Lemonade oder was es auch gibt, das ist in den Paketen nicht enthalten, steht da ja schließlich auch nicht. Das Ganze hier in dem Fall pro Person und Tag 12,90 Euro. Da kann man jetzt, wenn man sagt, naja, man trinkt irgendwie drei Espresso am Tag, nochmal einen alkoholfreien Cocktail, dann nochmal eine Cola, wenn man das jeden Tag macht, dann ist man wahrscheinlich relativ schnell da im grünen Bereich, dass man sagt, das Ganze lohnt sich. Also, ja, das ist so das AIDA Light-Paket. So, wir kommen auch nochmal kurz zu den Paketen für Kinder und da starten wir mit Kids und Teens Comfort und zwar sind diese Pakete buchbar für Kids und Teens zwischen 4 und 17 Jahren. Da sind dann für 11,90 Euro am Tag im Comfort-Paket alkoholfreie Cocktails und Mixgetränke enthalten, Fruchtsäfte, Softgetränke aus der Zapfanlage, dann wieder diese ausgewählten Softgetränke aus Flaschen und Kakao und Früchte und Kräutertee ohne Alkohol. So Kaffee für Kinder halt nicht. Das Ganze für 11,90 Euro pro Kind und Tag. Und dieses etwas einfache Paket, was wir dann noch haben, Kids und Teens Light, das ist dann ohne die Cocktails, ohne die alkoholfreien. Und ja, dafür das Ganze dann, wie gesagt, nur 7,90 Euro. So, ja, das sind die Pakete. Es ist nun so, ja, dass selbst wenn ich das größte Paket habe, dass nun nicht alles da enthalten ist, was man vielleicht manchmal annehmen würde. Also die Wasserflaschen auf der Kabine sind nicht enthalten, die sind nur enthalten, wenn ich eine Kabine, wie gesagt, zum Premiumpreis gebucht habe. Mineralwasser habe ich schon erklärt. Dann auch böse Falle, die böse Starbucks-Bohne. Wenn ich nun an Bord in einer Location bin, wo dann so ein Starbucks-Logo ist, weil der Kaffee dann mit der Starbucks-Bohne gemacht wurde, dann ist es auch nicht enthalten. Ja, gut, im Brauhaus gebrautes Bier habe ich auch schon gesagt. Es ist immer so formuliert, dass es heißt, Getränke aus der allgemeinen Barkarte, die sind enthalten. Ja, das kann bedeuten, wenn ich jetzt im Gourmet-Restaurant Rossini bin, dann ist es möglicherweise so, dass die mir dann eine Weinkarte hinlegen, wo dann ganz ausgewählte Tropfen sind. Die sind auch alle nicht inklusive, aber ich könnte dann da sagen, oh, ich habe ein Getränkepaket, ich möchte bitte meinen Wein aus dem Getränkepaket. So, das geht mittlerweile, das ist eine Frage, die immer ganz viele stellen oder auch im French Kiss oder im Casanova oder im Mamma Mia. So, da kann ich auch immer, da wo das Essen inklusive ist und Getränke eigentlich zu bezahlen sind, da bin ich safe mit dem Paket, muss ich auch nichts bezahlen. Oder nachmittags Kaffee und Kuchen. Der Kaffee ist dann da eben auch mit dem Paket abgedeckt. Wie gesagt, er ist von Starbucks. Das ist ein sehr kompliziertes Thema, muss ich auch sagen, mit diesen Getränkepaketen. Zu aller Verwirrung ist es mittlerweile auch so, dass ich von vornherein bei AIDA auch vielfach auf vielen Reisen ein All-Inclusive-Tarif buchen kann. Da ist dann das jeweils größte Getränkepaket mit drin. Auch für Jugendliche oder junge Erwachsene bis 24 gibt es dann allerdings nur das Paket ohne Alkohol. Also das ist alles ein Regelwirrwarr, muss ich sagen. Ja, also vielleicht könnte man das Ganze irgendwann mal vereinfachen, so diese ganzen Regeln. Wie ist das eigentlich so mit unterschiedlichen Kombinationen? Jetzt sind zwei Erwachsene auf der Kabine. Kann man dann sagen, oh, einer nimmt nur Getränkepaket. Das geht nicht. Beide müssen nehmen. Man kann hingegen, aber ich hoffe, das ist immer noch so, man kann dieses teure Komfortpaket mit dem etwas günstigeren kombinieren, weil der eine sagt, Mensch, ich will Cocktails. Der eine sagt, ich nehme es nicht. So, wie ist es, wenn Erwachsene unterwegs sind mit Kindern? Dann kann ich dem Kind ein Getränkepaket buchen. Wenn ich allerdings zwei Kinder habe, müssen auch beide Kinder ein Getränkepaket bekommen. So, die Erwachsene müssen kein Getränkepaket dann nehmen in dem Fall. Ja, das ist es eigentlich so im Großen und Ganzen gewesen, was es so zu sagen gibt im Jahr 2022 ohne Getränkepakete bei AIDA. Wie gesagt, es wäre wünschenswert, wenn man es ein bisschen alles vereinfachen würde, weil es ist arg kompliziert. Kein Reisebüro auf der Welt kann sich das alles merken. Ich kann es mir auch nicht merken. Also, wie sollen es sich dann die Urlauber merken? Und am Ende hat man dann irgendwie Ärger, weil dann vielleicht doch Sachen auf der Rechnung stehen, die irgendwie nicht inklusive waren und so. Also, vielleicht kriegt man das noch hin, ein bisschen zu vereinfachen. Das wäre schön. Ja, wenn ihr wissen wollt, was eigentlich die Getränke kosten bei AIDA, dann verlinke ich euch da nochmal das Video mit den Getränkepreisen. Dann kann man es ja so ein bisschen ausrechnen, wie da so der persönliche Bedarf ist. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut. Tschüss.